Intro 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 Hallo und Tollergamer auf dem Kanal DickeyMoney Tutorials Und heute zeigen wir mal wieder ein neues Game Und heute wird es TNT Run sein Wenn wir etwas finden da Ah scheiss genau zu spät Das ist natürlich Aber da bin ich wieder vom Hypixel Server Und wieder unten in die Beschreibung Hier oben, ja das ist dort Das ist Hammer Da kann man reingehen, man hat kein Problem Und ja, ihr seht dann Wie es dann läuft, erklärt dann auch Ich hoffe das lag nicht zu fest Und boah das ist schon mal etwas anderes TNT Run Mit zwei, ja eigentlich Sagen wir zwei Kapseln Und da geht es dann noch weiter Wenn man runter geht Da ist geil, kann man aber Kann er sogar runter gehen Ah nein, kann man nicht Oh geil Noch 10 Sekunden und Ja jetzt einfach mal ein bisschen ausprobieren Etwas Neues im Bock hat drauf gehen Und ja Jetzt wird einfach noch mal Mini-Games hier nicht Ein bisschen Bock haben Und ja es geht los Und wieso TNT Run mit dem Ja Alter Ja Ja es fällt gerade hoch Hör da TNT Run also immer wenn man läuft Und hinter sich eine Spur ziehen Ja Merci Kollege Nein Scheisse Ja Und hinter sich eine Spur ziehen Wo man Also wo er weg geht Und so geht es immer weiter Sonst bin ich meistens immer so einer von der Drittletzten Aber Ja das Stück ist sehr schnell gegangen Leider Aber gleich Aber Wir anfangen mal so zu sagen Ja Ich bin wieder drin Und jetzt zog ich ganz normal wieder mit dem normalen Textpack Aber Später werde ich glaube Später werde ich glaube Ja Ein Optifan habe ich nicht hier Genau An das liegt es wahrscheinlich Weil Ja Ich kann noch kurze FPS schauen 100 8 116 Geht eigentlich Främmer wäre es eigentlich kein Problem Aber gleich Irgendwann wird uns ein bisschen zu feilen Ja das letzte Mal Ich bin etwas zu feilen Ich nehme sie raus Weil ich einfach live bin Ich bin echt Ich habe nicht immer Eher zu beiste rum Hör her Ich glaube Wenn es jetzt quasi eine gute Runde wird Dann wird jetzt hier Vielleicht leicht Aber ja Ist gerne nichts zu garantieren Weil da hat es so viele verdammte Leute Und jetzt fehlt es auch wieder Aber gleich geht es jetzt Ein bisschen Immer am Abend entlang Hier Ich hoffe echt Ihr seht es da gut Also jetzt habe ich Coins auch immer drauf Ist wirklich geil gemacht Double-Jump und check ich noch nicht ganz das weisst er noch nicht aber gleich da ist wirklich ein bisschen Jump'n'Run Fähigkeit muss man wirklich mal aufhören überhaben da wo es gerade aufhören ab und ja da war es da ist jetzt oh shit abhauen 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 sickle doch man das meine da ist wirklich krank wenn es noch so rumfällt ich glaube bei mir da ist ein bisschen heikel aber ich mache richtig fun ich hoffe ich bringe es übrigens Fun-Height Fun-Height gibt es nein gibt es nicht egal und ja Tomb Raider oder Tomb Raider kommt auch wieder mal weil ich jetzt wieder Bock drauf an glaube ja ich schaue mal und ja sonst gibt es eigentlich nicht viel ja das witzige gestern ist wieder ein Video das ist einfach weil ich Bock drauf hatte geht so viel wieder weil ich eine Zeit hatte wenn ich ja ein bisschen lernen muss und so aber habe ich schon gemacht habe ich schon gemacht ja es ist jetzt fast schade um jetzt aufhören nein wir sagen nochmal eine Runde wenn es nicht so schlecht war es geht halt viel zu schnell ja ich habe dann einfach genau genommen ja da bin ich da bin ich da sind ich wieder und da bin ich schon wieder und ich habe noch sagen genau eben und da gibt es egal auf dem Lobby auf dem Lobby auf dem Lobby auf kein Deutsch mehr auf der Lobby gibt es das ist TNT Schwalbe Games irgendwas spezielles ist gerade am Laufen ja und dann haben wir dort ein paar Coins mit 4 Games die haben wir auch gesehen wo ich ausgewählt habe was ich einmal werde werden einmal werde werden einmal werde einmal werde gezocken und dann kommt er dann rein das ist natürlich nicht so toll Skype am Laufen tut mir leid das hat immer noch passiert aber ich denke nicht mehr daran das ist natürlich schwach dann ist schwach dann ist schwach man geht es über alles geht aber gleich ich kann es ja noch wenn ich es vergesse so tun ich es noch ja kurz weg dass ich den Namen gesehen ist sicher der Hitze wenn der Witze sie auch nicht aber ich kenne den gar nicht richtig von dem er ist mir nicht so wichtig ist einfach ein Bekannte alter Bekannte nein wo ich bin wieder wieder am studieren ob ich wieder Hochdeutsche wieder rausklöpfen weil ja keine Ahnung habe ich Bock aber irgendwie auch nicht das ist sogar ein bisschen eine Phase ich weiss es nicht gerade so geht es mir gerade schön oder schön nicht und das war es ist sehr schwer im Ebenen die ist viel zu klein hat zwei Ebenen der normalen hat vier fünf Ebenen und das macht ein Stück mehr Laune aber ich würde sagen jetzt ist die dritte Runde geht halt echt schnell und ich bin nicht der Pro aber schlechte Runde auch würde ich mal so sagen ausser mir geht es gut schlecht oder aber trotzdem hat Fun gemacht und ich hoffe euch auch bewertet euch das Video wie ihr es gefunden habt und wenn ihr einen Dislike geben ist es natürlich immer gut aber haten nicht einfach du nicht auf Dislike und nichts sagen können doch einen Kommentar deine Videos sind scheisse weil weil also was und was weil sie scheisse sind durch meine Sendung WhatsApp tun sorry und so einfach und da wäre ich froh darüber und jetzt keine Match Clock wir sagen bis zum letzten Mal schon Light Space Peace